Magas Auto seltsam erkennt sie, die Filmbilder hat der Auto in Argentina gedreht. Die Pampas-Hasen-Mode Maga auf Dolich und Inar, Klammer zu, bilden eine unterfamilierte Meerschweinchen in der Ordnung der Nageltege. Es gibt nur eine Gattung, Klammer auf Dolich und Inar, Klammer zu, mit den beiden Arten gündlicher oder große Pampas-Hase, Klammer auf Depatagonum, Klammer zu, und kleine Pampas-Hase, Klammer auf Desalinisola, Klammer zu. Ober- und Unterseite des Fels sind am hinteren Ende scharf voneinander abgesetzt, unten weiß, oben grau-schwarz. Sie leben in Südamerika. Der große Pampas-Hase bewohnt die großen Grassebenen der Pampas-Argentiniens. Der kleine Pampas-Hase lebt dagegen in den trockenen und salzigen Gebieten des Gran Chaso, ebenfalls im Südosten Südamerikas. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020